Stellt euch mal vor, ihr sitzt in der Schule und könnt heute schon die Welt verändern. Jeder von uns ein klitzekleines Stück. Und genau dieses klitzekleines Stück macht für 6 Millionen Menschen einen großen Unterschied. Setzt ein Zeichen und macht eure Schule zur Fairtrade School. Ein Zeichen, damit Kinder nicht arbeiten müssen, sondern Kinder sein dürfen. Damit Produzenten und ihre Familien ein sicheres und faires Einkommen und die Chance auf eine bessere Zukunft haben. Formiert euch, sammelt Ideen und zeigt, was ihr könnt. Bringt den fairen Handel in eure Schule, in den Unterricht, in die Sporthalle, in den Kiosk, ins Lehrerzimmer und aufs Schulfest. Gute Ideen kennen keine Grenzen. Und jetzt stellt euch vor, was wir verändern können, wenn wir alle dahinter stehen. Bewerbt euch mit eurem Schulteam auf fairtrade-schools.de und macht eure Schule zu etwas Besonderem. Macht sie fair! Das ist natürlich. Katja. Musik 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 Vielen Dank.